Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval So Wo kam der aber immer her? Wo kommen die alle her? Warum sind hier zu viele? Wo kommen alle aus dem Teil raus? Ohne Lebensflasche Wieso ist die Kämmerer hier so? Und was ist hier? Noch eine Lebensflasche Was ist die Kämmerer hier? Ich glaube hier sind keine mehr Und besiegt Oder ne? Ähm Wie viel hältst du aus? Ja Ah, die Mondruhne Dann kann ich ja hier jetzt rein Was sind das für Viecher? Erdrohne Ah Da kann es ja jetzt weitergehen Hehehe Ich habe ja die Erdrohne jetzt Oh Leben Auffüllen 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 Zwei Lebensflaschen voll Blöde Kreia Blöde Kreia Krähe Mal wieder Schaden machen Mann, wie viel hältst du aus? Musik Er hat die Chaosruhne Blöde Kreia Blöde Kreia In diesen Feldern gibt es viele verrückte Maschinen Doch die skurrilste Okay In der Scheune sind die skurrilsten Was ist das? Musik Wie viel hältst du aus? Ja Ja Was muss ich hier machen? Ah Ich brenne Sich hier zurechtzufinden Ist eine Sache Na, wie viel kommt mir raus? Na, wie viel? Ich bin nie Schade Auf Ich bin Herr Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Was ist das hier für ein? Was bist du für ein Mistvieh? Achso! Zeit für die... Ach, die kann man besiegen! Achso! 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 Was muss ich tun? In diesen Feldern Äh, was? Was muss ich tun? Ich bin richtig verwirrt Was ist denn da hier verfallen? Oh, Leben Wie soll man da durch? No! Ow! Okay, das funktioniert nicht Wozu ist dieses Feuer? Hmm... Wozu brauche ich das hier? Was? 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 Am Mähdrescher fehlt ein Teil Dieses Wunder der modernen Landwirtschaft Hat ein Zahnrad verloren Und steht seitdem still Ein Zahnrad? Hmm... Wo ist dieses Zahnrad? Vielleicht muss ich dieses Zahnrad erst finden... Vielleicht muss ich dieses Zahnrad erst finden... Äh... 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 Das ist ja einfach durchzukommen... Äh... What? Uh... Äh... 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 Was war das? Ah, das Mähdrescherteil. Das hat mir jetzt aber ein bisschen Leben gekostet. Zurück geht es natürlich einfacher. Und bin wir da. Na, wozu brauche ich das Mähdrescherteil? Um hier durchzukommen. Leben. Dabbeln ist wichtig. Geld. Frage, wo muss ich jetzt hin? Was jetzt? Was ist jetzt mein Ziel? Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Au So, warten, 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 warten Moment mal Ah, hier muss ich lang Da war ja noch ein zweiter Ausgang Das habe ich ja gar nicht mal gesehen vorher Im Heldensaal muss man sich Verbündete suchen Zack, ritsch, ritsch Kaum rollen ein paar Zombie-Köpfe Und schon glaubt ihr, ihr habt euch im Kampf verdient gemacht Ihr seid doch lange nicht am Ziel Ja, ja, ja Erst wenn der Boss erledigt ist Mein Gott, Fortescue Ihr seid vielleicht ein Blutsdates Ich hab hier was, das ich euch leihen könnte Nehmt es, wenn ihr wollt Und was Denkt aber daran Dass ich das nicht für euch Klapperigen Schwachkopf tue Sondern nur für das arme Volk von Gellomir Ja Danke für das Geld Nur wenn ihr euch wahrhaft Als würdiger Held erweist Könnt ihr zu hören Okay Wie viel muss ich denn haben, um das zu machen Ich hab hier Ich hab hier Hm 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 hm. Kürbissschlucht? Dafür brauche ich, glaube ich, noch was. Wie sage ich, gehe jetzt zur Kürbissschlucht. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut. Und ich würde sagen, hier habe ich jetzt einen Cut.